Liebe Leute, ich bin wieder zurück im Hause Matrix bei Matrix TV. Willkommen! Ich bin hier unterwegs und schaue nach tollen Erfindungen, die Matrix auf den Markt gebracht hat und warum wir hier im Treppenhaus sind. Das ist das meistverkannte Trainingstool, Ganzkörpertraining, geht kaum besser und doch hat Matrix wieder eine Antwort darauf und das werde ich euch gleich zeigen. Bleibt also dran. Willkommen zurück hier am Climb Mill im Hause Matrix. Ich habe mich dazu auch ein bisschen umgezogen, feste Schuhe angezogen, Socken extra aus Kanada mir besorgt. Jetzt steigen wir mal hier drauf und gucken mal, was es für Features bringt. Insgesamt kann man sagen, dass bei der Bewegung die Hüftaktion, also die Hüftbeweglichkeit besonders in die Streckung und sogar in die Überstreckung. Das ist, was unser Rücken sehr, sehr gut tut. Zum zweiten wollen wir herausfinden, ob die Streckung in die Länge, also innerhalb unserer Körperachse in die Länge, hier auch mit unterstützt wird, indem man eben größere Schritte nehmen kann. Und im Climb Mill, das kann ich jetzt schon sehen, hat man wohl die Möglichkeit, eine Stufe noch zu überspringen. Es sind relativ hoch gefasste Stufen, so dass wir einen hohen oder großen Radius nehmen können. Und je höher wir steigen, umso weniger ist der Impact, also die Erschütterung auf die Gelenke. Nicht nur auf das Kniegelenk, sondern die gesamte Säule hoch an der Wirbelsäule. Zudem kann man auch noch mit den Händen sich hier seitlich unterstützen und somit die Last unten auf den Beinen modulieren. Fangen wir an. Ich weiß nicht, ob ihr bereit seid. Ich bin's, hoffentlich auch. Dann steige ich mich hier hoch. Wir schalten das Ganze ein. Riesendisplay und hier geht's auf los. Und jetzt habe ich hier zwei. Ah, das fühlt sich schon sehr gut an hier unten. Das ist ein weicher Tritt. Das moldet sich so, also es schmiegt sich an die Fußsohle an. Das spürt man durch den Schuh hindurch. Sehr schön aufgenommen, der Tritt. Aber wo ich jetzt stehen geblieben war, hier oben, wollen wir mal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Das geht hier mit dem rechten Daumen. Und ich habe vorhin schon mit den Jungs hier bei Matrix mich unterhalten und gehört, dass der Weltmeister im Treppensteigen hier war. Und dem... Junge, hatte er gesagt, dass das ein bisschen zu langsam sei? Ich bin... So, jetzt versuche ich mal zwei Stufen. Also die Griffe kommen mir sehr, sehr zugute hier gerade. Und ich kann hier wundervoll in die Hüftüberstreckung gehen. Und... Was ich aber geil finde, ist hier diese Kontrollzone. Und ich bring das ja eh immer bei. Stabilität ist out. Kontrolle ist in. Und diese Kontrollzone war hier die Stopptaste. Das wusste ich vorher. Deswegen habe ich mich da drauf ziehen lassen. Und damit hält dieses Gerät an. Oh... Ihr habt doch bei Matrix einen Wallpool, oder? Da müssen wir wirklich... Ich glaube, da gehe ich gleich rein. Also... Wirklich sehr, sehr gut von der Kraftaufnahme. Die Übertragung ist wunderbar. Es fühlt sich super an, wenn man oben aufsteigt und die Kraft umsetzt. Und unten hat man tolles Feedback, weil sich die Stufe etwas neigt. Und somit wird man intuitiv eigentlich in einen Rhythmus hinein motiviert, um im Takt zu bleiben und hochzukommen. Das war jetzt, glaube ich, nur ein... Nicht mal die Hälfte der Höchstgeschwindigkeit. Und... Ich kann nur sagen, der Treppensteiger... Das müsst ihr euch mal googeln. Also das ist ein Wahnsinn, was die machen. Da in Dubai den Turm hoch. Eiffelturm. Kölner Dom. Und hier die Climbmill hochzurennen. Also wirklich irre. Vom Display her und von der Bedienung fand ich es auch sehr, sehr gut. Sehr einfach. Ich kann nur sagen, Qualitätsurteil. Matrix. Gut gemacht. Und jetzt gehen wir in den... Nicht in den Hot Tub, wollte ich schon sagen. Wir gehen in den Wallpool. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Euer Home. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.